ich weiß nicht wie sehr sehr aufregend das schluss aus das war so was es ist scheiß am schwerste zirka zu machen ich habe eine beste Idee ich gebe es weiter weg auch und zum Glück zu haben wir uns in unserem Haus damit wir nicht einfacher sind ok ok let's go fährst du oder? und da ist wieder ein baum ich dachte ich habe es nie der baum muss weg der baum muss weg der baum muss weg des 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 Okay. Habe ich noch eine Plattform bei mir? Nein. Hallo hier. Und wie viele Schienen hast du noch? 149. Plattform soll ich setzen? Ja. Falsche Richtung. Egal. Jetzt. Nein, 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 nein! Was? Genial. Genial. Das sagt meine Mutter auch immer. Ja. So, die Plattform wieder. Und sonst warte mal ich los. Ja. Und Plattform kommt. Und Plattform geht. Ja. Und Plattform kommt. Das muss was umgeht. Musst du mir früher akkordieren? Ey, ich schmeiße die Plattform jetzt. Nein. Ich habe ziemlich Zeit dafür. Ja. Ja, du musst weiter rüber. Ich frage, ob du das von dir schon packst oder auch? Ne, packst du nicht. Hm. Hm. Mach, mach einfach. Ich schaff das so jetzt noch. Plattform kommt. Okay. Äh, es hat gepackt. Ah, ne, warte mal. Hier kann ich gar nichts bauen. Wir müssen, ne, weil, ähm. Hier kann man nichts bauen. Ach, hier ist Ender? Ja. Und der Scheiß. Guck, hier kann ich nichts bauen. Weil man drüber ist. Ganz weit drüber. Ja, das ist unsere einzige Chance. Ja, muss ein bisschen hoch bauen. Wollen wir mal testen. Ey, da fliegt ein Flugzeug. Hubschrauber. So hat man ja mal so gar nichts. Aufnahme. Ja, was ist das? Flugzeug oder Hubschrauber? Hubschrauber. Ähm. Ja, test es mal mit Erde. Ob du da drüber kommst. Ist noch Freude höher. Ja, du bist drüber. Ja, du bist drüber. Gar nichts. Nicht wirklich, ne. Doch, es scheint zu funktionieren. Sag mal nicht, dass es jetzt unten genau wie in der Treppe ist. Ne, jetzt nicht. Nein. Ach Mist. Was machst du denn da? Ich wollte die oberste Dings wieder weg machen. Dass es hier auf einer Ebene ist. Dass es hier auf einer Ebene ist. muss auch gucken, dass er dann auf der Ebene das Verteidingsbrust, ja. Was ist mal weggebt? Ne, wie weit ist es nach unten? Ich bin nicht gekommen, ob ich das war. Ich habe keine Erde mehr. Ich habe keine Erde mehr. Nein, auch ein bisschen noch, aber ich bin nicht mehr viel. was weiß. Ja, dass gibt es noch ein wenig was machten lot kaputt. even Amort waren springt nur einmal das ist ja kürzelt wir haben geforscht wie viele Schienen hast du? 130 ich kann wieder da rumwachsen du willst euch jetzt austauschen mit den Schienen? ja kannst du einfach von da aus eine Schräge nach oben bauen kannst du? machst du dann eine Schräge nach oben oder machst du eine Schräge dann gerade hoch oder wieder eine Schräge ich würde jetzt komplett so diagonal runter bauen ja ok okay ok 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 Ich wollte nämlich noch Schienen geben, das hat sich jetzt erledigt. Es sind nur 24 Stück, aber besser als gar nichts. Kann ich hier die Erde abbauen? Jep. Okay. Dann wird irgendwo da in der Nähe schon mal eine Station gebaut. Das weiß ich schon. Können Sie das auch gar entziehen? Äh, die Station? Ich weiß noch nicht für welche Folge. Ähm. Das würde ich ja mal gerne wissen, damit das anerst muss ja jetzt nicht unbedingt gleich sein. Obwohl, wenn wir das jetzt exakt gleich haben wollen, dann könnten wir die Schienen am besten von der anderen Seite jetzt bauen, ne? Nein. Vom Haus aus. Weil, wie würdest du sonst wissen, ob du auf der gleichen Höhe bist? Sagst du mir an, Fels? Ja, kann ich dir nicht sagen. Doch, du kannst das. Ich glaub an dich. Ja, super. Wir zählen einfach gleich die diagonalen Schritte, die Steine. Kannst du doch machen, oder? Warte. So, ich hab hier jetzt was. 17. Also. Ja. Eig. Ja. Das ist gut. 6 so ich hab keine Schienen mehr so ich hab jetzt hier eine kleine Plattform drauf hier oben auf der Hürsen die Schienen ok und die Diagonale nach da oben keine Ahnung ja wir müssen warten, wir machen das noch nicht ab, weil ich muss da gleich wieder hin ich hab keine Schienen mehr ja ich wollte nur das da abbauen so und die Diagonale die kann man auch noch eben abzählen wie viel das ist so wollte man die Möglichkeit hat da oben zu gucken nein au die Schienen ist weg die kriege ich nie wieder wo hat die Plattform ja die Plattform meint ich sag mal so, ja vielleicht kriegst du die äh sie an die vorbeigeflucht ja 4 ja die Diagonale ist egal 6 Mario die Diagonale ist egal ok ich geh direkt runter ja was ist das was ist das das ist das was ist das das ist das ist das ich meine Erde dahinten noch abbauen und fertig ist der Scheiß oh super einmal darfst du raten Hunger? Nein, warum bist du so gut? Ja Probier mal irgendwas zu kochen Na spannend, da kann ich einfach nicht anders verwischt aber einfach von hier Oh und da bin ich Nein, es ist eine Schiene Ich bin gerade so aus angekommen und sehe, wie die Schiene wegfährt Geil So, die Brücke ist auch soweit fertig Die Schiene ist verlor, das weißt du jetzt, ne? Die wird für alle Ewigkeiten Ja, ja, die wagen, die Plattform Was kann ich denn überhaupt kochen? Ja, das ist ein Mashed Potato, wie meinst die Potatoes Ja, wie meinst die Das ist einfach normale, fertige Kartoffelrohr Nein, du brauchst Kartoffeln und die mächst du dann Ja Und wo geht das? So Ich hab keine Ahnung, wo man das macht Ja, da, ich komm am Herd oder so, was weiß ich Ja Ja, dann kann ich die Potato Grids machen, aber ich sehe nirgends so die Mashed Potatoes Dann machst du das am anderen Ding Dann ein von den beiden Dingern machst du die Und ein von den beiden Also, ich hab nichts dagegen zu sagen, dass ich zu blöd dafür bin Ich hab nichts gehört Das ist einfach nicht Ich hab nichts 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 Mashed Potatoes steht es doch hier, bei dem Kitchen Ding. Bei dem Kitchen Ding hier, das zweite. Ja, und wo genau? Das zweite. Mashed Potato. Da, WTF. Dafür wollen Kartoffeln. Hast du halt alles abgeerntet? Ja. Okay. Okay. Herr Sticke? Jetzt schmeißt du aber alles auf einmal. Kann ich alle... Kartoffeln kann ich nur einzunehmen. Ach so. Hast du nicht in der Kartoffelschule aufgepasst? Nee. Wecksetzen. So, und was kann ich jetzt aus den Karotten noch machen? Ein vergrößerte Karotten. Zum Beispiel. Karotten darf ich das auch machen. Wir sind hier so weit. Der Eiweiß bedeutet kramatische Stoffen. Der Eiweiß ist kein, Corinna, & nöper. Das ist ein großartiges Stoffen. Der Eiweiß nicht mehr. Und das war es so weit. Der Eiweiß nicht mehr! Der Eiweiß nicht mehr! Der Eiweiß nicht mehr. Der Eiweiß nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020